Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Süssigkeiten, die dem Zahn nicht schaden, weil sie keinen Zucker enthalten, finden Sie bei GOP in einer grossen Auswahl. Sie sind erwiesenermassen zahnschonend oder zahnfreundlich und dürfen darum, dass Sie nicht auf der Packung führen. Zum Beispiel Tip & Top Fruchtbonbon und Fruchtcaramelle oder Ricola-Kräuterperlen, die Husten und Heiserkeit erträglich machen. Leckerol zur täglichen Mund- und Halserfrischung, Holident, der zahnschonende Kaugummi für Gross und Klein, Happy Vita, die erfrischenden Fruchtbonbons mit Orangengeschmack und Arnie Schönes, die erste zuckerfreie Schweizer Milchschocchi, die auch für Diabetiker geeignet ist. Das wäre es gewesen, vielen Dank fürs Zuschauen und noch weiter einen schönen Abend. Zum Anfang die aktuellen Preisschlager. Bei GOP gibt es Strickwulle Arcana Superwash zu sensationellen Preisen. Ein Knäuel Fit an 50 Gramm für nur 2,50 und ein Grossknäuel Duchesse an 100 Gramm für nur 4,50. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP. Tiefgekühlte Goldstadt-Bulletteile, Oberschenkel 500 Gramm statt 5,10 nur 3,90. Geschnetzeltes Brustfilet 300 Gramm statt 4,50 nur 3,70. Dickerschmelzkässcheiben, Sandwich, Toast oder Delicreme statt 1,85 nur 1,50. Und nur morgen über Monat am Samstag Vollwäschmittel Niaxa statt 15,90 nur 12,90. Feinwäschmittel Coral statt 8,90 nur 6,90. Gewebeverrädler Komfort Konzentrat statt 5,90 für nur 4,70. Grafensteiner Röpfel Klasse 1, eine Tragtasche an 2,5 Kilo nur 4,25. Und auf Schalen Kilo nur 1,80. Und von morgen an gibt es wieder 2 neue attraktive GOP-Verkaufsstellen. Im Merthof in Basel kann man jetzt nämlich auch Lebensmittel einkaufen. Und in Solothurn wird das GOP-Center Rosengarten, das total umgebaut wurde, wieder eröffnet. Auf Wiedersehen!